Hey, einen noch! Komm! 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 Es ist ein Traum, den wir seit 2007 mit dem Pull-Up-Orchester erleben dürfen. Es sind so viele positive Emotionen und wunderschöne Erinnerungen an all die Konzerte überall in Europa. Es ist aber noch mehr als nur Musik, es ist, auch wenn es vielleicht komisch klingt, und es ist die Leidenschaft, die Liebe, die Energie, wenn so viele verschiedene Leute so etwas zusammen machen. Und dass wir das so können, diese Live-Show verpacken, dass wir dann wiederum mit dem Publikum zusammen genau nochmal so wunderschöne Momente erleben können. Schönen guten Abend, meine Damen und Werner heben, eure Hände zu schreien, da habe ich heute zusammen. Es ist für die, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, dann von da im Becher weg und schreien euch heute zusammen. Heute zusammen, heute zusammen, heute zusammen, und EAG2, CERN im Bebet von meiner Euphoria und unsere Hände zu schreien vor uns mehr als Lvey Hände zu dódium und das Wunderschöne und Sieg 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 und Sieg